Ich bin ein riesen Eis-Fan. Als Kind habe ich damals mein gesamtes Taschengeld auf den Kopf gehauen, als der Italiener ums Eck-Jubiläum hatte. Da kostete die Kugel dann einen ganzen Tag lang 10 Pfennig. Du willst dir nicht vorstellen, wie groß mein Eisbecher war. Gäbes Fotos davon, hätte er nicht draufgepasst. Ich habe immer aufs Foto gepasst. Noch. Wobei Marathon ist angemeldet. Okay, ich gebe es zu.